Ja, hallo und willkommen zum neuen Tutorial. Diesmal zeige ich, wie man Programme installiert und dann auch wieder deinstalliert, hier am Beispiel der Chip Homepage. Hier ist es allerdings ein bisschen anders. Hier gibt es ein Zusatzprogramm, das zeige ich jetzt hier gleich mal. Ich gehe hier auf Downloads, dann gehe ich mal auf Downloads Neuzugänge und ich wähle mal dieses Medibank, Paint Pro aus. Vorteil dieser Homepage ist, dass hier eine Nutzerwertung angezeigt ist. Dann hat sich die Chip-Redaktion des Programms angesehen und befindet es als sehr gut. Hier sind dann auch entsprechende Vorteile genannt und hier nochmal das Fazit der Chip-Redaktion. Hier so ein kurzes Review und hier unten wird oft genau hier angezeigt, was es für Alternativen dann auch gibt. Hier Artweaver Free zum Beispiel, das ist auf der digitalen Schultasche auch zu finden und das wäre also ein Alternativprogramm zu diesem Medibank Paint Pro. Ich klicke jetzt hier mal auf Download. Im Chrome Browser sieht man folgendes, hier ist so eine Statuszeile, hier steht dann alle Downloads Anzeigen dran. In anderen Browsern ist das vielleicht nicht der Fall. Hier wird dann nichts angezeigt oder andere Fenster angezeigt, die den Fortschrittsbalken anzeigen, wie schnell oder wie lange dauert dieser Download noch. Ich kann jetzt hier in diesen Ordner reingehen. Ich habe jetzt hier meinen Download-Ordner und ich habe das vorhin schon mal ausprobiert. Hier ist dieser Chip-Installer drauf. Also wie gesagt, das ist nicht das eigentliche Programm, sondern das ist ein Hilfsprogramm der Chip-Seite, die jetzt die Anwendung selber herunterlädt. Ich klicke das hier mal an. Dann werde ich gefragt, ob ich das wirklich ausführen möchte. Das möchte ich natürlich... So und das ist jetzt der sogenannte Chip-Downloader. Da ist auch ein bisschen Werbung versteckt. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Weiter... Hier soll ich ein Amazon-Icon in dem Chrome Browser hinzufügen. Das möchte ich nicht. Dann, was möchte man hier? Hier sollen zwei Zusatzkomponenten installiert werden. Das möchte ich auch nicht. Also hier nichts anklicken. Und einfach auf Weiter. So und jetzt heißt es, wo soll diese Download-Datei gespeichert werden. Das kann man erstmal hier bei Downloads lassen, weil das hier noch nicht das Programm installiert wird. Und Ordner anschließend öffnen. Das lassen wir auch so und sagen weiter. Hier sieht man es auch schon. Hier ist nochmal Werbung eingeblendet. Also man kann hier nochmal zwei Programme downloaden. Wahrscheinlich geht, wenn ich hier drauf klicke, aber nochmal ein extra Browser-Fenster auf. So, das Programm wurde fertig heruntergeladen in unser vorher angegebenen Download-Bereich. Ich sage hier weiter und dann sage ich hier fortsetzen. So und dann bin ich hier im Download-Ordner. Ich habe jetzt hier eine ZIP-Datei bekommen. Wenn ich die öffne, dann habe ich hier zwei Anwendungsdateien. Diesmal in der 32, 64-Bit-Version. Ich wähle hier mal die 32-Bit-Version. Und das wäre auch jetzt die Vorgehensweise, wenn ich die Installationsdatei direkt hätte, auf Stick oder auf einer CD. Und wenn ich hier jetzt entsprechend drauf klicke, dann sage ich alle extrahieren. Das mache ich hier. Okay. So, und dann das muss ich nochmal bestätigen. Und jetzt beginnt der eigentliche Installationsvorgang. Ich wähle hier die Sprache Deutsch. Ist schon da. Dann hier auf Weiter. Hier wird mir der Pfad vorgeschlagen, wo dieses Programm dann abgelegt werden soll. Das passt auch. Also, es ist der Programm-File-Ordner. Hier gehe ich auf Weiter. Hier ist auch noch der Name, der dieses Programm jetzt dann praktisch erhält. Und wir wollen noch ein Desktop-Symbol erstellt bekommen. Also hier auch das Häkchen reinmachen, wenn es nicht schon drin ist. Dann auf Weiter und dann auf Installieren. So, bei Fertigstellen geht oft das Programm schon auf. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Ich mache das hier mal alles zu. Und das Programm-Icon ist hier. Wenn wir hier also doppelt draufklicken, dann geht das Programm entsprechend auf. Und hier entsprechend beim X können wir es wieder schließen. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Hier liegt nur eine Verknüpfung auf dem Desktop. Das ist nicht das eigentliche Programm. Man sieht hier auch, wenn man mit dem Cursor drauf bleibt. Der Ort ist C-Programme Medibang, Medibang Paint Pro. Und hier liegt dann die eigentliche Startdatei drin, die ich aber hier mit dieser Verknüpfung dann entsprechend aktivieren kann. Okay.